Ja, Halli, Hallöchen. Oh, jetzt muss ich nochmal gucken. Quests. Tja, Assists und Kasernen. Ich würde mal sagen, ich bleibe bei Venomancer, da kriege ich normalerweise viele Assists. Kasernen kriege ich, wenn wir gewinnen. Und den Megakill hoffentlich über die Zeit. Wenn nicht irgendwer im gegnerischen Team, ja, wie Sniper oder so in der Mitte ist, dann sollte das schon funktionieren. Okay. Hat mehr Geld gespart? Kann ich nichts sagen. Ricky wird wahrscheinlich fies werden, aber ansonsten eigentlich ganz gut. Kann ich schon sagen. Ohne Ankündigung noch mitten in die Mitte. Ja, eigentlich die Überlegung. Einen auf der Außenseite da allein lassen. Oh, hat der bitte gepinkt? Hä? Gibt das überhaupt einen Sinn? Okay, der Kerl hat vier Siege richtig vorausgesagt. Das ist natürlich... Das ist natürlich interessant. Das ist natürlich sehr interessant. Ich vermute, Mariki wird es versuchen. Normalerweise ist hier der Punkt, wo er es versuchen wird. Und dann würde ich... Und jetzt... Schade. Dafür muss er aber... Wahrscheinlich sein erstes Stück von Tango benutzen. Alter. Moment, ist Witchdog da nicht genauso ein Support wie ich? Und wir brauchen Sentries. Definitiv. Sonst klappt das Ganze gar nicht. Und als nächstes brauche ich definitiv das Gift. Und der Blut spielst... Und der Blut spielst... Erstes Blut. Hm, das ist gut. Dragon Knight in der Mitte? Wer war denn noch grad? Hm. Ich denk doch mal... Das war jetzt natürlich ein Fehler. Und ich danke... Und ich danke... Mit ein bisschen Glück. Tatsächlich ein bisschen Glück. Aber so viel Glück werde ich nicht haben. Aber so viel Glück werde ich nicht haben. So stark ist mein Gift noch nicht. Leider, leider ist mein Gift noch nicht so stark. Dass ich da eine einfache Heilung überwinden könnte. Keine Stärkere. Oh, das ist natürlich gut. Wunderbar. Ja. Scheiße. Mist. Ich denke, ich werde eine Lincoln-Sphere benötigen. Um den ganzen Angriffschlag zu blocken. Um den ganzen Angriffschlag zu blocken. Und First Blood. Aber ein Kill. Ich brauche definitiv Heilung. Auch wenn es jetzt hier nicht so unbedingt drin steht. Auch wenn es jetzt hier nicht so unbedingt drin steht. Ja, das hier mit... Oh, Hurricane. Hier kommt da ja am Ende raus. Ja. Ja. Wunderbar. Von neun auf... Elf. Aber nur kurzzeitig. Oh, mein Freund. Das war wahrscheinlich ein schöner Fehler. Hm. Ähm. Hm. Aber anscheinend hat es doch noch nicht gekillt. Knack daneben ist auch vorbei, ne. Wunderbar. 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 Die Tower. Hm. Hm. Ist auf jeden Fall ein Night Stalker. Yes. Ich stärke das Gift, so besser. Hm. Riki fehlt die ganze Zeit schon. Blutrausch. Blutrausch. Blutrausch in der Mitte. So gehören mich nicht so gut. Blutrausch. So, 2 Kills. ein Megatrill das heißt immer schön passiv bleiben immer schön aggressiv dabei bleiben und immer wieder eine verpassen bis er den Fehler macht den Schritt weiter nach vorne zu kommen der ihn sein hübsches Leben kosten wird tja so sieht es leider aus so sieht es leider aus das könnte fast schon der nächste Kill sein ach nur fast muss ich eigentlich noch mehr auffahren naja mid-tower taking damage quick as venom acht auf den ja mit und bot sind under attack das ist wirklich nicht so wie es eigentlich geplant ist ganz vorsichtig immer ganz vorsichtig so du kommst mir gucklicherweise nicht hinterher impale Hmmmm. 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 Dyer's structures are fortified. So. 20 hat er schon. Ach du Scheiße. Oh, Level 10. Das ist nicht gut. Hmmmm. 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 Ich kann's mal, aber... Hmmmm. No one go defend top time. It needs to learn to defend soon. My Venoms restored. Shoooooo. With Vim and Venom. Hmmmm. Hehehe. Hehehe. Lieber mein Gift. Als alles anders. Das Problem ist, er hat tatsächlich 20 Lebensregeneration. Ich kann dem so gut wie gar nichts. Yeah. Noch nicht. Noch nicht. Selbst mit meiner 24er Schadensrate. Oh, Scheiße. As you say. Wow. 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 Ja. Und dahin geht auch meine... Ha. Scheiße. Ich hab mich hochgehen sollen. Äh, in die Mütte gehen sollen. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Guck mal, ich glitze ja jetzt tatsächlich. Alter. Wo bin ich denn? Eigentlich ist der auch gegen... Anti... Meine Wenigkeit. Heißt einfach... Ich mach langsam Schaden. Und wenn der so eine hohe Regeneration hat tatsächlich. Guck mal. 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 Ich werd mir das jetzt nicht mehr antun. Guck mal. Macht noch was in der Mitte. Oh, scheiße. Oh Mann. Es kann doch nicht sein, dass ein Dragon Knight uns so auseinandernimmt. Bei wie viel ist der denn jetzt schon? 10 zu 2. Ah, das ist der. Falscher Moment. Falsche Richtung. Schuuu. A touch of Venom. Well, my goodness, your top tower is being attacked. Violet dance. Oh, come merce. The world loses an explicit toxin. Dann, 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 dann standst du Ricky. Oh, was ist denn? So ein Scheiß. Your middle tower is under attack. This should make my life easier. My Venom flows again. Your middle tower is being eliminated. Aller, ich trofe. Ah, eins. So. 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 Ich bin ein Anisakams. Twice the murder. The phantom strikes. Midtower taking damage. Agitation. What a spree. The phantom strikes. The phantom strikes. Der wird nicht nochmal rauskommen. Der wird nicht im Leben rauskommen. Was kann es zu knicken? Er war ja nur auf dem Weg dahin. Der wird nicht aufhören zu klingen. Junge, Junge, Junge. Das ist wirklich... 5-5-3. So hat es am Anfang auch ausgesehen. Aber... Ich sage es nicht 23 zu 12. Was ich vielleicht schon vorher nehmen sollen. Okay. Kein Night Stalker arbeitet er sich da durch. Der ist doch nur auf Level 16. Gehen. Killing Spree. Triple kill. Back from Death's Door. Mist. Hier. Was muss der da auch reinspringen, wo der so viel Leben dabei verliert? Das ist wirklich... Das ist wirklich... So. Wir tun wieder eine Push. Die haben wir gewaltig nach hinten los. Nicht unbedingt nach hinten, aber... Nicht so gut für mich. Das ist das Problem. Irgendwann... Irgendwann... ...hauen wir diese Fehler die Füße weg. Ich meine... Ich bin gut in Defense und so weiter. Also von daher... Alles kein Problem. Hm... 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 Also die einzige Möglichkeit, die wir haben... ... ist wirklich nur noch verteidigen. Scheiße... Du darfst auch wirklich nirgendwo rausgehen. Du darfst auch wirklich nirgendwo rausgehen. Hm... Und ich hab mein... ... Da könntest du wieder so ein Hals kriegen. Ich hab mein scheiß Rezept nicht bekommen, weil irgendwen den weggeordert hat. Das ist so... Agitation. Das ist überhaupt nicht cool. Jetzt muss ich drei Minuten warten, bis ich mein scheiß Rezept da bekomme. Bei der Oh! Genau. Wow! Vielleicht ist das noch nicht so... Ja, na also, wenigstens etwas. Okay. Wo ist er? Da! Heaton! Hey! Okay. Ungewöhnliche Anrede hier. Ähm. Ah, scheiße, jetzt kann ich es ja nicht ordern. Okay, das ist ja ein bisschen doof. Ähm. Na ja, gut. So. So. Gut. Ja, manche sind so und manche so, was das Begrüßen angeht. Naja. Naja. Okay. Endlich kann er vorher zu mir kommen. Und ich hoffe, niemand bordert den jetzt weg. Okay. Und dafür. Also, jetzt wird's für die anderen schwieriger. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich geh da jetzt hin. Und... Äh. Hey, ich bin nicht der einzige Support, ja? Und außerdem musste ich mir erst mal meine Sachen kaufen. Sie hat der ersteicem Und dann ist der erste Chance gesehen. Der zweite pro oste LAUGH. Ja. Oh mein Gott, jetzt müssen wir erst mal gucken. Oh, scheiße, habe ich natürlich nicht gesehen, jetzt stehen die so dicht aufeinander, das ist nicht gut, okay, danke schön dafür. Was zum, wo sind jetzt wieder? So, da hast du wieder ein Problem. Oh mein Gott. Oh. 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 Hm. What the heck, was hat der denn für ein Dammit? Wieso springt der da noch rein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist ein... Na also... Ach, schütze... Was ist klar? Da war einer. Wahrscheinlich Rikki nehme ich doch mal an. Da ist Rikki. Oh, hast verloren Rikki. Der hat verloren. Vergiss das. Der hat sowas von verloren gehabt. Naja. Obwohl, ich könnte mir noch den einen Observer holen. Und jetzt gehe ich erstmal hin und baue hier das auf. Erstmal natürlich hier. Dann hier. Dann hier oben. Oh, shit. Okay. 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 Schon. So. Schade. Blutrausch habe ich. Hm. Sind drei. Blutrausch sind drei. Also. So. Scheiße. Ja. Komm schon. Nein, er hat ihn. Oh. Witch Doctor hat ihn noch. Okay. Oh. Ich habe schon gedacht, die hätten die warded. Ich weiß auf jeden Fall wo ich noch. Ich weiß auf jeden Fall wo ich noch. Dass sie nicht aufpassen. Was sie wirklich nicht aufpassen. Ich könnte noch vielleicht was aus der Welle machen wenn ich wüsste wo sie wäre. Nein. Das war meine Regeneration. Hm. Das ist die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier mal worden. Damit wir da Sicht haben. Ähm. 300 Überschuss. Oh, meine Lieben, das ist, da haben wir doch schon mal was gefunden. Das ist super gewaltig. So, das war gewaltig. Komm schon. Okay. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Ich könnte mich zurückkaufen. Hätte es einen Sinn? Nein, momentan nicht. Aber dieser Verteidigungskrieg bringt uns tatsächlich überhaupt nichts. Phantom Assassin müsste jetzt echt übel zuschlagen noch, was Damage und so weiter anbietet. Wird das vielleicht gehen, aber... Wow. Ich habe 10 Kills und habe damit die meisten. Oh Gott. Wie viel habe ich zu viel? Fünf. Machen wir, bleiben wir mal dabei. Es ist wirklich problematisch. So, jetzt müssen wir einmal hier hin. Einmal hier hin. Damit wir da hinkommen. So, weiter da hat er einen hingestellt. Würde ich sagen, hier noch einen. Ansonsten... Ansonsten... So... Oh, shit. Er hat alles an der Pappe. Aber wir kriegen den Pappe nicht klein. Es war nur noch eine Kopie. Ja, leider... Funktioniert das nicht. Irgendwer hat ein Gem. Auf jeden Fall. Naja, was soll ich sagen? Klappt halt nicht immer. Was? Was denn der? 16. Schlechtes im Team. Ich arbeite daran, du Pappe. Was, ähm... A plague on up the loose, ça s'ouvre un shit de problèmes Oh look at it go Agitation Yon 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 Violet dance So Hmm Hmm Plague our enemies Attack With Vim and Venom Quite a spree Awesome So Tot Wunderbar Kann ich mir gleich auch ein stehgreifes Zepter holen Hm Was haben wir denn? Okay, es ist nur noch einer drin tatsächlich Hm Hm Ah Irgendwie hat sich Spectre gekrallt Das ist nur noch einmal Und 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 Wunderbar H Und 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 Sä 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 So, jetzt geht es einmal zurück, dass wir das echt noch hier so halten können. Ist bei einem trocknet. Ich habe tatsächlich noch Überschuss und zwar 50, die ganze 50. Das würde natürlich nicht viel bringen, aber... Wer ist das? Scheiße. 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 Your top barracks are being fired upon. Äh... Ja. Angems are wrong, wow. I hope your top barracks will be this much to you, because if so, I got great news. Was zur Hölle? Äh, Mann. 10, 12, 16. Haben wir nochmal ordentlich zugeschlagen. Das Problem ist, jetzt sind alle wieder am Leben. Hm. Dewarded. Leider. 400 zu wenig für den Widersteil. Wieso? Haff ich die auf mich oder was? Hm. Okay. Ja, das Problem ist, tatsächlich, ohne mich können die nicht den bestimmen. Ah, scheiße. Scheiße. Oh, mein Gott. Wie auch immer ich das jetzt überlebt habe. Keine Ahnung. Ja genau. Nicht allein gegen 4 oder was war der Plan? Leider ist Reki jetzt nicht drauf gegangen, aber dafür kann ich euch jetzt wieder winnen das. Wups. Okay. Hm. Wieso hat das denn nicht funktioniert? Was ist das für eine Scheiße? Ja. Hm. 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 Jetzt ist er wieder bei. Aha. Hm. Jetzt ist er wieder bei. Aha. Hm. 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 So. Damn it. Hat das wieder gemacht. Sof. Sof. Ja, als Meisterkills, nicht ganz, aber als Support, ich weiß dann. Äh, so, ekelhaft. Aber wäre es besser gelaufen, dann, ähm, tja, wäre es besser gelaufen. Nee, dann hätte ich meine Mission erfüllen können. Ich hätte meine Wette nicht schon wieder verloren. Boah, ein ganz anderer Käse. Eko-Saber, da muss ich auch nochmal dran arbeiten. Ach, verdammt. Na ja, gut, ich gehe jetzt kurz aufs Klo und dann jetzt weiter. So, wir sehen uns in der nächsten Folge.